Ich habe mir jetzt gedacht, dass wir jetzt noch mal kurz das dritte Gebiet fertig machen mit den Wind-Ether-Quälen. Nein, ich bin keine Mutter. Fotos ist mein Verlobter. Deswegen, ja. Auch den darf ich mal ins Bett bringen. Aber ich bin keine Mutter. Katzen-Mama höchstens. Katzen-und-Hunde-Mama. Aber Kinder haben wir noch keine. Gott sei Dank. Sonst würde ich nicht, äh, elf Stunden zocken. Wenn ich Kinder hätte. Oder wir. Es wäre dann eher so semi-möglich. Äh, nein, da wollte ich nicht hin. Äh, da hin. Teleport. Teleport. Und jetzt... Ah, einmal hin. Einmal das nächste Gebiet fertig machen. Nein, dich möchte ich nicht. Oh Gott. Ja, gut. Mit dem Pferdchen kann ich auch durch die Wellache reiten. Es gilt vorher noch 1.890. Das ist trotzdem hart. Trotzdem hart. So, einmal mit mich nieder. Und dann einmal... 50, 60, 70, 80. Oh. Okay, warte mal. Dann will ich einmal noch kurz nach Credania. Weil die Ausrüstung schlecht ist. Muss ich sowieso einmal kurz hin. Eigentlich. Ich will es zwar eigentlich nicht jetzt machen, aber passt schon. Lass mich... Hallo. Lass mich da hoch. Bitte. Reparatur. Reparatur. Lichtsäger. Was? Waffen. Reparatur. Eigentlich wüsste ich gern mal. Und zwar... Färben. Wenn ich das Ding färben wollen würde. In Blau. Mhm. Bei Gelb. Gelb. Sieht ja schon cool aus, aber Blau sieht, glaube ich, besser aus. Vor allem dieses Blau hier. Sieht ja aus. Das ist halt die Frage, wo kriege ich die Sachen dann her? Wahrscheinlich nicht hier. Hm. 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 Ich will nämlich mal was gucken, ob ich das vielleicht irgendwie färben bekomme. Dregun Blauer. Himmelblauer. Ja gut, das ging auch, aber... Eisblau. Okay, das. Nee. Das ist der Grau. Hm. Habe ich? Ich kann ja schon wissen. Ja, ja. Ja. Ich konnte meinen auch sehen. Aschgraue Farbe habe ich noch. Ach, du grüne Nonne. Eisblauer. Himmelblauer. Himmelblauer. Indigoblauer. Königsblauer. Wie viel brauche ich dafür? Ähm. Okay. Okay. Werben. Okay. Ach so, keine Norde. Jetzt brauche ich nur noch zwei Sachen. Glaube ich. Warte mal. Himmelblauer. Nein, das ist doch nicht so viel. Oh Gott. Nehmen wir trotzdem noch mal drei. Ach so. Blau, 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 blau. Blau. Ähm. Färben. Blau. Und bitte einmal die Ärmchen auch noch, bitte. Sehr schön. Und. Bitte auf, das einmal blau. Okay? Sehr schön. Ich habe mir mal meine Rüstung gefärbt. So, dann kämen wir mal auf den Mond zurück, ne? Wobei. Nein. Warte. Ich habe schon wieder was vergessen. Warte mal. Wir müssen einmal noch... Wo war das denn? Ich weiß, im Roten, das hört auch echt geil aus. Aber ich weiß nicht, ich wollte irgendwie da noch verbarmen. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Wir müssen nicht. Okay. Wie ist das? ... Nach... Nachs Goldsoße, zum Goldsoße so. Mhm. Okay. Bis um 7.12. um 15.28. Okay. So, das wollt ihr nämlich auch immer machen. Damit das auch mal vorangeht. Weil sonst kann ich mir hier nichts weiter kaufen. Ich krieg das Kotzen. Rado. So, jetzt geht es aber auf den Mond. Jetzt können wir zum Mond. Richtung Osten. Die Richtung. So, jetzt wird der 중. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nö, man zogst in deinen Augen nicht mehr. Nö. Nö. In der Regel nicht, nein. Sorry. Ah, wie komme ich darüber? Außerdem ist es ja gerade nur so schlimm, weil wir ja Endwalker spielen. Weil ich im Endwalker-Hype bin. In der Regel sind die Streams nicht so lange. Das sind jetzt keine Ausdabezustände. Besondere Gegebenheiten. Ich habe das Gefühl, ich kann den Mond noch gar nicht fertig machen. Ich komme dann nämlich gar nicht hin zu dem einen Ding. Was sei denn? Warte mal. Ich befürchte, dass ich da nicht hinkomme. Gut, ich kann hier auch erst mal die Quest machen, wäre jetzt nicht so das Dramatische. Es sind halt nur zwei Dinger, die fehlen. Aber eigentlich, da wir das hier ja abgeschlossen haben, müsste es eigentlich gehen. Aber komm, machen wir jetzt mal die Quest. Wir sind ja eine Umstände von besonderen Maßnahmen, ja. Also sobald wir Endwalker durch haben, ich schätze mal auf Ende der Woche. Ich peil's nicht an, aber ich schätze mal, es wird so sein, dass es Ende der Woche durch ist. Ähm, ab nächster Woche sind dann die Streaming-Zeiten wieder normal. Alter, die Sucht nicht mehr ganz so groß ist, weil es ja schon durch ist. Aber in der Regel sind sie sowieso vier im PC, allein durch den Job technisch. So schnell will ich nicht sein. Ich, das Problem ist, ich will ja auch nicht so schnell sein. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann nicht aufhören zu spielen. Es geht nicht. Es, ich weiß nicht. Ich, es ist eine Sucht. Und vor allem, das hatte ich bei den anderen Addons halt nicht. Es war halt nicht so, die waren cool, die Storys waren cool. Aber irgendwie ist halt diese Story von dem Addon halt am meisten bisher. Hallo, Masaaki. Wie ist dein Abend bisher? Ich hoffe gut. Das ist bei mir der Vorteil, dass wenn ich spiele, keine Wartezeit lang sind, ich auch rechtzeitig Schuss machen muss. Ich versuche es halt, äh, ja gut, so viel wie möglich an, an Epo zu kriegen. Wie gesagt, morgen spiele ich ja auch nicht. Morgen ist mal Ruhe. Ja, ich werde in, na gut, in einer halben nicht, aber in guter, guter Stunde gehe ich wahrscheinlich schlafen. Muss auch mal sein. Ja, in einer Stunde muss ich sowieso was machen. Weil morgen muss ich mich dann immer um andere Sachen kümmern. Da habe ich dann ausnahmsweise mal keine Zeit für Epo 14. Beziehungsweise nicht für die Story. Das Einzige, was ich morgen in Epo 14 machen werde, ist den... Den... Rupert-Leveln. Gummiland, ja. Ich freue mich tatsächlich auf mein Bett, davon ganz abgesehen. Aber gerade möchte ich eigentlich nur die Wind-Etherquellen zusammenkratzen. Die eine Instanz hier noch machen und dann noch ein bisschen Story. Dann so gegen 22, 30, 23 Uhr mich dann ins Haierbettchen legen. Das finde ich schön. Vielleicht mal meine eine Serie zu Ende gucken. Achso, vielleicht sollte ich jetzt tatsächlich mal auf den anderen schalten. Eventuell lebe ich morgen auch noch den Tänzer. Ich glaube, ich jetzt nicht auf den Nebenquests hin und machen kann. Jetzt dann's. Bitte lass es was Cooles sein. Bitte lass es was Cooles sein. Bitte lass es was Cooles sein. Ich sagte was Cooles! Oh, nicht die Scheiße wieder. Oh. Hm. 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 Ja, denk. Ja, denk. Ja, denk. Hm, ich kann leider nicht tanken. Ich habe zwar ähnliche Tankfähigkeiten, aber ich kann leider nicht tanken. Darf nicht. Dann geht das mit den Erfolgen auch echt langsam weiter. Das ist bei 40 von 85. Vorhin warst du, glaube ich, bei 38, oder? 38, 39? Von dem Grill. Oh, Mädel. Sie dürfen ruhig. Der Ander-Schatz-Uweirang ist. Uh, sehr geil. Das Spiel will nicht auf Königin-Halter-Weir-Unfreiheit. Ja. Das Spiel tut nie das, was ich von ihm will. Vielleicht Disconnect. Ja, in der Regel steht das dann aber meistens dabei, oder? Vielleicht Disconnect. Oder? Oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Wir haben tatsächlich, na, okay. Ja, dann ist die... Leute, seid ihr dumm? Oh. Kommt schon. Toll. Die ist doch so klar, dass du mich heilen musst, oder? Ich habe... Ich kann zwar auch hier so tun, als wäre ich Tank, aber ich bin kein Tank, ne, Leute? Heilung wäre auch nett. Ah, und die Person ist wohl irgendwie weit da. Frau Tank hat sich dazu hin und herabgelassen, daherzukommen. Dann gehen sie mal. 3,65, 4,90 Froschen gefangen. Ah, ach, das Ding mit dem Froschen. Ja, da war was. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Bei den Froschen. Hallo. Ein Tank, der seine Tank-Sätze hier anmacht. Du bist ein Held-Tank. Du bist ein Held. Ich glaube, die Person ist sowas von verpeilt gerade. Hast du es jetzt an? Ja, danke. Mann. Das wird nicht... Ich weiß, bei welchem Kampf wir scheitern werden. Ich habe... Ich fühle es. Ich fühle es jetzt schon. Ich weiß es genau. So, wo ich jetzt fliegen kann. Uh, sehr geil. Ich würde halt gerne den Mond fertig machen. Ich weiß aber nicht, wie ich zu der einen hinkomme. Ich weiß, wo sie ist, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Da muss ich mir nur irgendwie was einfallen lassen. Ja, der Mond ist aber soweit eigentlich fertig. Ich habe zumindest die allerletzte Wind-Ether-Quellen-Dingster bekommen von der Quest. Müsste ich ja eigentlich schon überall hinkönnen, oder nicht? Also eigentlich. Da wird es jetzt immer so. Oh Gott, wenn ich dann den Mond sehe, dann scheinbar nicht... Dein Mond macht mir Angst. Ich bin jetzt auch... Ich bin jetzt auch... Ich bin jetzt auch irgendwie... Äh, ich kann es doch gerne machen. Unser Heidast-Tor. Ich glaube, wir sind sowieso sehr schnell raus. Ich glaube, das wird hier nichts. Oh Gott. Viel Spaß zum Glück. Also irgendwas läuft hier schief. Wer tut was für was? Hi. Und was warten wir jetzt? Wie war Spannung? Das ist das Ding schon? Der zweite Kampf, meine ich dann. Wieso Scheiße war. Ähm. Okay. Oh, schönes Wetter. Könntest du den... Warum kannst du den nicht drehen? Hm? Wie sagt man so schön, die Drachen dreht man? Ach so. Einmal... Zwei. Ach, das waren die Dinge. Okay, die sollte man, glaube ich, explorieren, ne? Wenn ich mich recht entsinne. So. Sollte man die Dinge exkommieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Eines, dem so auf jeden Fall es explodiert, dass die Töte wurde. Das war's. Das ist ein komischer Tank. Sie sagt ja in der Regel nichts gegen einen anderen Spieler, aber der ist komisch. Das ist ein Schmütchen-Gesam. Dann... warum verliert sie die... Das ist ein Schmütchen. Vielleicht weiß der Tank nicht, dass er oder sie Tank ist. Oh, ich kann auch vorlaufen. Bringt den... bringt den nur nicht weiter. Bringt der den... bringt der den Heiler auf die Barrikaden. Dass du die mal bitte hier herholst. Ich muss, dass ich die Akku habe. Ich muss, dass ich die Akku habe. Aber... Eigentlich, ne. Ist nicht ihr erster Tank. Hat schon zwei andere Tanks. 80er, 70er und 60er. Ne, die Entschuldigung gilt nicht. Die Entschuldigung könnte nicht gelten. Naja. Wenn wir das Ding übernehmen, ist gut. So. Einmal wegen Wassermarsch. Vor allem, wenn er sich verzieht. Wenn jetzt so ein Schnapp ist. Was? Achso. Ich kann das hier auch alle verwenden. Ha. Ich liebe den Reaper. Hab ich das mal erwähnt? Mh. Na komm. Machen wir Gier drauf. Kann ich alles in den Stadtzahler umwandeln. Ich weiß ja jetzt wie es geht. Mh. Ist da nicht irgendwas? In diesem Moment bin ich ja grob. Ich habe irgendwie ja das Gefühl, ich bin der Tank. Leute. Leute. Normal. Ich glaube, die waren einfach lange nicht mehr da dran. Gut, ich glaube auch nicht, aber... Ich habe echt Panik vor diesem... Vor steinenden Wachschwer. Die habe ich echt für Ewigkeit dazu gebracht. Ich werde es nie vergessen. Eines der ersten Dinger, wo ich mich dann mal allein reingetraut habe. Und so auf die Nase geflogen bin. Äh... Reaper war ein Ulter, oder? Ja. Reaper war ein Ulter. Der zweite Boss wird ein Ulter. Ja. Der zweite Boss wird ein Ulter. Der letzte Boss war super einfach. Der erste auch. Der zweite war das Ding mit den Kanonen. Wo man das Viecht mit den komischen Kanonen da abdingseln. Lüfter-Typ streamt jetzt auch. Äh... Tut er öfter, ja. Tut er öfter. Wir haben sogar schon zusammengezuckt. Ich weiß gar nicht, da hat sich sogar meistens gefreut. Nur ihr wartet jetzt auch mal auf mich so. Äh... Äh... Ist mir jetzt Wumpe. Oh, ich bin trotzdem schneller da. Ah... Ich will die Sache nur loswerden. So. Kinders, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Güte. Autsch. So. Wie ging das nochmal? Musste man jetzt schon die Kanonen machen? Ich glaube. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber der zweite Schuss jetzt. Okay. Wie war das jetzt? Oh, ich weiß immer nicht, was man weiß, wie, wo. Ich weiß nicht. Äh. Ja. Ah, ja, ja. Okay, jetzt kommt das wieder. Nein. Nein. Ah, du nervst. So, Herr Haider, könnten Sie bitte einmal... Sie sind super, super, super nett. Autsch, okay. Dann nicht. Der Haider heilt aber auch nicht, ne? Oh, doch, jetzt. Dass der Haider mal auffällt, dass er mal heilen sollte. Hey, guck, guck. Hi. Danke. Sehr liebsgewürzig. Äh, ich will beider. Die sterben sowieso, aber... Oh, tschüss. Ich hasse das Ding. Ich habe es damals gab, ich hasse es heute. Und ich hasse die Gruppe, mit der ich da drin bin. Nein, nein! Nichts sagen. Einfach nichts sagen. Einfach nichts. Und ich liebe das Leben. Ich bin richtig. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Hier lang. Und... Das war mein Motor aufholt. Und unser Heiler verabschiedet sich. Wenn ich keine Zeit habe, warum gehe ich dann in eine Indie rein? Nein, 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 nein Kids, ey, ob... Alter! Meine Fräse. Könnt mich bitte jemand da schießen? Irgendwer? Äh... Äh... Oh... Ich hab keine Ahnung. Äh... Am Samstag hatte ich und mein Bruder. Wir machen Bayern gegen Dortmund. Und dann muss fünf Monate keine Fieber mehr spielen. Nein, dann viel Spaß! Viel Spaß! Ich tanze sehr gerne! Ja... Ui... 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 Muss jemand rücken? Okay. Nicht, dass es auch auf Deutsch da steht! Nicht... Ui... 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 Jetzt wieder... Ui... So... Ui... Ui... Ich hasse diesen Drach... äh... Diese Schildkröte! Ich hasse sie! Okay. Hey. Hey. Okay. 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 Hey. das verkaufen Naja, jetzt sind wir mit Leuten, die vielleicht ein bisschen was gescheitere Leute sind die nicht direkt beim ersten Fail aufgeben Ich frage mich da immer bei Leuten, die eine Indie nach zwei Minuten sofort aufgeben Ob die das in der Schule dann genauso gemacht haben Wenn sie an der Klassenerweite nicht mitgeschrieben haben oder verkackt haben oder eine falsche Note gekriegt haben Das ist dann auch einfach immer verk... Also, ich sag dann Nö, mach ich nicht mehr Also, ich sage jetzt Ich meine, dass er jetzt so geht, würde ich füße. Uuuup, Uuuup. Was? Ich frag mich eher, ob diese Leute beim ersten Problem in einer Beziehung aufwärts sind. Ja. Die Frage kann ich dir beantworten. Ja. Solche kleine Leute kenne ich. Ich hatte nicht selber das Problem, aber ich kann jetzt die Ex-Freunde von einigen Freundinnen und Kumpel von mir. Die waren genauso. Erster Schlüssel. Das war gerade mein Gedanke. Es ist aber leider so, die 100% geben sofort Beziehung auf. Die sagen dann, nee, hat nicht funktioniert. Nee, die und die war schuld. Oder der und der war schuld. So wird's. So läuft's. Und das ist das Trauge, oder was? Support alles aufgeben. Bloß nichts versuchen. Bloß nicht probieren. So. 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 Kannst du mal was hinmachen. Und sei das tot. Ich seh nichts mehr. 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 Ich seh nichts mehr.